So, also gerade mit Leitstelle telefoniert und der Zug fährt genau so zurück. Schaut euch das mal an. Wunderbar hier die. Ich habe sogar Graffiti gesprüht. Aber das ist ja nicht das Highlight. Hier ist klar. Hier überall Kleber und Müll. Noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Kaste. Und jetzt kommt das Highlight. Seewagen. Komplett vollgepisst. Und es geht weiter. Toilette. Vollgepisst. Komplett voll ins Waschbecken. Vollgepisst. Den Stinkerklebern hier. Und weiter. Was für ein Sauhaufen. Hier geht es noch weiter. Und da geht es noch weiter. Noch ein Kasten. Noch ein Kasten. Und dann geht es hier noch weiter. So. Ja. Und alles. Jetzt bräuchten wir einen Pfannflaschen-Sammler. Der hätte sich jetzt gefreut. Und noch am besten den Putzer, der hier alles aufräumt. Ja. Ja. So. Und so fährt der Zug zurück. Wie gut. Wie gut. Und jetzt. Vielen Dank.